Na gut, ich hole jetzt noch mal den Poirah. Welchen? Den Öl. Okay. Keine Sorge. Hose davon bleiben. Ja stimmt, gute Idee. Wie weit hast du das schon gespielt? Wow, krass. Alle elf? Zwölf. Nein, die zwölfte kommt die erste. Achso. Respekt. Das Zwölfer kommt ja glaube ich noch. Wann weiß ich nicht, aber... Soll ich ihn kennen? Ja, schon ganz zur Zeit. Okay. Okay. Oh, okay. Genau, ich glaube ich erinnere mich. Ich bin nicht mehr erinnert, dass es so krass hochgegangen ist. Ich habe mich jetzt ehrlich gesagt auch, habe ich jetzt gar keine Orientierung. Ich fahre gerade zur Werkstatt. Warst du die Werkstatt oder was? Hm. Hast du schon frei, oder? Noch nicht. Ich kann mich überhaupt nicht mehr... Ich auch nicht. Dass er dann irgendwann in der Gegend gleich war, wusste ich, aber... Ich weiß so, es gab irgendeine in Michigan, wo da war eine gerade Straße und das war ursumpfig. Ich weiß, war das nicht auch zu einer Farm? Ja, kann sein, dass das eine Farm war auch. Ich weiß das. Ich habe mich versunken. So, wenn ich da jetzt aber hervor verliehe, dass ich da die Fracht klopste... So, ich habe jetzt die Stahlträger oben und muss zum Steinbruch. Der da drüben muss... Boah, das ist so wasch. Das hat man wirklich blind. Gott sei Dank bin ich da. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Gibt es hier auch einen Anhänger-Shop? Nein, gell? Das müsste ich auch da sein. Ich glaube, wenn ich was draußen stehen habe, komme ich nicht in die Werkstatt rein, gell? Wenn ich jetzt ein Auto draußen stehen habe. Oh ja, du müsstest nur auf die Karte gehen und dann zur Werkstatt. Aber was mein Problem ist... Wir haben da keinen Anhänger-Shop, da war er... Scheiße. Ich brauche da einen großen Anhänger, nämlich. Bei dem Bohrer. Gut, ich fahre mal zu dir rüber. So, auf die Karte muss ich gerne noch eine tolle Karte. Ah, du bist mit einem Skrutschen draus. Ah ja. Danke. Danke. Ein Dröckner. So, ich nehme an, du fährst den einen Punkt da gleich an. Bist du mit mir? Ja. So, jetzt bin ich bei dir. Deckt man da mal die Punkte auf, oder? Passt. Dann fahre ich gleich da zum ersten. Ich würde da mal die Karte ankommen. Okay, danke. Aber Anhänger-Shop haben wir da eh. Wo? Eh da, beim Händler. Ah, bei uns. Ah! Danke, Bruder! Ich habe ehrlich nicht Lust, also nicht geglaubt, dass ich, dass es keinen Werkstatt-Shop gibt. Ich dachte, das ist woanders vielleicht. So, aber was nehme ich denn da jetzt? Was ich wirklich dumm finde, noch immer im Spiel, dass nicht der Ball steht, wie viel Fracht zum Beispiel der laden kann dann. Ah, da unten auch. Ja, danke. Bin immer. Ich würde jetzt zahlen quasi, wie viel kosten. Da kann ich mir den überhaupt leisten. Das fangen wir jetzt mal an. Oh, was ist das? Das ist gut, wirst du aufdecken einmal. Ah, okay. Ja. Du jetzt nicht. Ich würde die Mission jetzt weitermachen, wenn ich da jetzt eh den... Ja, ich möchte jetzt wissen, wie ich da hinfahre, am effizientesten. Ich muss jetzt wieder zurückfahren. Also, ich muss das hier am Bohrplatz liefern. Ach so, nein, ich muss nämlich hier liefern, deswegen. Okay. Also, weil es sich nicht stört. Jupp. Ich tue mir bestes, das da aufzudecken. Jetzt bist du schon wieder da. Ah, okay. Hast du was vergessen? Schreffen. Oder auf den anderen. Ah. Matschi. Habe ich auch einen Tipp bekommen, Offroad. So. Und ich muss mit dem jetzt... Jetzt ist es lieber nur Labern, oder? Labern. Aber ist nicht Schlamm besser für die Karte? Jetzt habe ich noch nicht zwei. Ach so. Aber wäre es besser? Frage an den Profi. Ja. 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 So haben wir das auch bei der allerersten Karte gemacht. Alles aufgedeckt, alle Kurken gemacht. Das würde ich hier natürlich auch Sinn ergeben. Ja. Mann, da mit Stein auf Stein. Genau. Oh, da komme ich jetzt nicht durch. Das heißt, ich... Ich bin versandt. Ja. 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 Stimmt, das haben wir zum Beispiel mit dem ersten Durchgang nicht so gemacht. Außer... Jetzt bitte Karten aufgedeckt. Ja, ich sage ja da. Und ich glaube, da sind wir viel hängen geblieben und mussten viel zurücksetzen und... Wow. Ja. Ich sage ja da. Ich sage ja da. Alles auf okay? Dass ich nicht mehr von unten über eine Dziękuję-Gesch持zeuge komme. Ich sage ja ja da. Alles aufs. Some Have I. Ich sage ja da. Das kann ich nur zurückgeben, danke. Wir sind sympathisch. Sollte wir mal schauen, wo wir ihn da überhaupt haben. Ja, der Weg könnte mal den Punkt runterführen. Genau. So könnte ich auch probieren zu fahren. Da sehe ich ja auch nichts. Gut. Dann könnte man den Ölbauer abliefern. Boah. Also die Mission ganz rechts. Die müssen wieder mal ja nicht der Ersten sein, dass man dort drüben fahren kann, rechts. Was muss man da machen? Hast du schon geschaut? Ich habe jetzt nicht genau geschaut. Ich habe es nochmal angenommen und irgendwas mit Steinen wegnommen. Also die Steine habe ich schon angenommen. Also kannst du sie angenommen. Ah, okay. Ah, okay. Setz nicht solche Lügen vor deinen Fens. Okay. Was muss man da machen? Jetzt zeigt er nichts mehr. Ja. Also nicht so angenommen. Ich mache. Ich werde mich auch dort und wollte es annehmen. Deswegen. Ich werde mich auch mal schwingen. Super. Spitzenleistung. Ich habe mich auch eine geile Abwechslung, wenn man dann mit Scout umeinander fährt. Gut. Sofern wir beide zurückkriegen. Und sich nicht einkriegt. So. So. Dann mal. Durchfall. In diesem Teil. Ah, okay. Danke. Für die Scouts wird eine autonome Winde entfallen. Das ist die, wo du quasi oben fliegst, oder? Und die... Die auch ohne den Motor geht. Ja. Ja. Wenn du oben fliegst. Wenn du oben fliegst, dreht sich deine Motor ab. Mhm. So. Warum müsste es sich hier ausgehen? Ja. Ich habe keine Ahnung, wie der Weg da jetzt war. Dann mal mit dem Angehörigen. Ja. 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 Nochmal gegangen. Gut. Wir nehmen jetzt den Körfel anweg. Ist das jetzt nicht zu lauern mit dem Anhänger? Aber wie sagen wir so, schön mit den richtigen Batschen geht das schon. Da klappst du dich überall rein, oder? Apropos Eingang. Vergraben, erinnerst du dich an die eine Karte, wo wir uns so eingraben haben, beide? Ja, überall. Da die... Wo dieser Anhänger so eingraben war. Ich weiß nicht, ob ich das erklären soll. Flieg irgendwo auf, fuck. Das war, wo die ganze Karte nur Matsch war. Das war die letzte Ehre von da. Ich glaube, ja. Scheiße. Bitte. Ja, nein. Zieh, zieh, zieh. M-DLC. Außerdem haben wir uns gedacht, dass die Mops hier besser sind, als auf der Playstation. Und wir wollten eben quasi nochmal wirklich ganz neu starten. Plan ist jetzt eigentlich, dass wir uns die DLCs auch einmal holen. Oder? Ja, in dem. Hä? Plan ist einmal, dass wir uns auch die DLCs auch einmal holen. Das kann doch nicht jetzt sein. Doch. Voll. Bist mir raten, was ist jetzt hapert. PS? Was? Ich bin auf einem Baumstumpf aufgefahren. Und ich komme nicht mehr runter. Okay. Ich komme da nicht mehr runter. Ich bin genau... ...mit ich aufgefahren. Das ist wasch. Ich habe nichts zum Winden da vorne. Oh mein Gott, ich bin genau vor der Farm. Jetzt. In echt zählen, dass ich da nicht eine Hilfe brauche. Okay. Wo bist du? Drüben. Ich habe nämlich alle Trucks jetzt dort. Aber ich kann dann gerne kommen. Ich probiere es noch, bitte mal. Ich probiere es dann noch. Wenn du das tun. Ja, sag es dann einfach. Ich müsste nur meinen Arsch da... ...bisschen irgendwie nach. Okay, danke. Das ist ein geiler Tipp. Was? Es muss nur einer die DLCs kaufen. Und der eine kann den anderen mitnehmen. ...in der anderen mitnehmen. Das ist ein geiler Punkt. Nee, ich kann. Mhm. Danke. Ich echt ins Knie. So ein scheiß Baumstumpf, da alles runiert. Und du kannst dich nicht wechseln? Nein, das ist alles zu schwach. Okay. Ich hab halt Angst, wenn ich das jetzt abkoppel, dass ich den nicht mehr abkoppel. Irgendwann. Kannst du probieren. Soll ich es kommen? Warte, ich probiere das jetzt. Ja, das ist anders. Mit der Abkoppel ist mir gar nicht so dumme Idee. Ich versuch den jetzt. So, jetzt will ich nochmal frei. Ich habe gar nicht so dumme Idee und jetzt versuch ich den rauszuziehen. Ah, da stecke ich jetzt mal fest. So, wir sehen die Kunst der Diplomatie. Ich bin auf dem Stein oben. Wüsste aber, das ist kein kleiner Tochter. Ich bedanke mich für das Follow. Schätze. Geht's nicht? Was hat er denn mit dem Post dazu? Muss ich nur sagen, ich komme mal Nachdem der dann flach ist, dann hängt der jetzt die ganze Zeit auf die Braunschule wieder an hier Seitlich da irgendwie So, ich habe einen Upgrade-Punkt auch gleich mitgenommen Wichtiger Tipp, niemals mit so einem Anhänger-Quärfeld einfahren, lieber zurückschieben Aber ich habe es geschafft Sehr gut Dann holen wir gleich den anderen Anhänger und dann ist diese Mission auch erledigt Da bin ich mir jetzt nicht sicher Was denn? Ob wir den Scout schon erhöht haben Wow Was erhöht? Und da gibt's Ein Ein Äh Upgrade Das sich so nennt Erhöht Da kannst du den Scout erhöhen Achso Geht's ja exakt auch nicht Wow Wieder Oxo von der Feuerwehr jetzt Nein, ich muss jetzt zur Farm rein Echt jetzt? Oh Oh boy Gut Gut